Hallöchen, Pompülchen und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Robocop Rogue City und in der letzten Folge haben wir angefangen eine Grußkarte für, ich glaube Louis heißt sie, ne kurz, zu unterschreiben. Doch Louis, ne gute bessere Louis. Warum denn kurz? Jetzt bin ich verwirrt. Auf jeden Fall, und lassen wir es gerade unterschreiben. Und ja, dementsprechend sind wir unterwegs und sollen jetzt jemanden in der Umkleide suchen. Victor Obrock. Hunderttausender, was hat er gemacht? Background method. Robbing a local bank. Oha, okay. Oh, Mary Jones. Ob das ein Kind vom Entwickler ist? Achso, ich musste gerade alles neu machen. Also wirklich legit alles neu. Aber ist ja kein Problem, weil ich weiß ja, wo die Punkte reingekommen sind. So. Ist immer ein bisschen doof mit diesen Wegpunkten. Entschuldigung. Achso, den kurz sollen wir finden. Ich habe gelesen. Sorry. Achso, du gehst duschen ohne dein scheiß Handtuch, ja? Du Otto. Okay, vergessen. Das sehe ich ein. Also obendrauf liegt, ist ein bisschen dumm. Nein. Nein. Ja, signiert. Ich denke, dass es schön ist, was du machst. Du bist schweig. Ja, ich war verloren in meinen Gedanken. Ich habe nicht gesehen, dass ich all das heiße Wasser benutzt habe. Ich denke, über Louis. Ja, aber ich kann nicht vorstellen, was du denkst. Sie ist dein Partner. Speaking of Partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Louis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. She's stand. Der ist irgendwo unten, ne? Und hier geht's doch irgendwo runter, oder? Bin ich doof? Scheinbar bin ich doof. Hier geht's nicht runter. Wo ist der Schi-Stand? Unter mir. Kann man durch den Boden brechen? Ist auch nicht so gut, dass hier alles offen ist, oder? Was denn? Ist alles alles gut? Ich denke, meine Service Weapon ist nicht richtig kaltiert. Ich könnte ein Check für dich machen. Ja, okay. Geh es ein Geh. Ich glaube einfach, du kannst nicht schießen, Fräulein. Und dann ist die Frage, ob du den richtigen Job ausübst. Ich glaube, du kannst nicht schießen, Fräulein. Und dann ist die Frage, ob du den richtigen Job ausübst. Du brauchst eine Brille. Und dann ist die Frage, ob du den richtigen Job ausübst. Und dann ist die Frage, ob du den richtigen Job ausübst. Es ist schwierig. Ist das alles, was ich für dich tun kann? Du kannst dieses Get-Dwell-Card für Louis. Sicherlich. Und dann ist die Frage, ob du den richtigen Job ausübst. Was ist das? Was ist das? Sie gehören zu dieser Familie. Wir sind eine Familie. Du solltest es schreiben. Jeder ist bereits hier. Louis? Sie hat einen Effekt gemacht. Wir müssen diejenigen, die das gemacht haben. Das ist meine Intention. Genau. Bleib die Karte. Sie sollte es von dir bekommen. Danke, Murphy. Du musst aufpassen. Du musst aufpassen. So. Jetzt müssen wir zu dem Obermacher oben ins Büro. Oh. Oh Mann, ey. Da ist noch jemand drin. Oh. Warum ist ein Kopp so wichtig für dich? Mein Vater war ein Polizistiker und sein Vater war auch ein. Eine Polizfamilie, hm? Es muss sich nicht bemerkbar sein, nicht zu sein, dass eine Familien-Tradition weitergehen wird. Du weißt, ich habe den Nadel, um den anderen Weg zu schauen und dich ein Kopp zu machen, in der deiner Beziehung zu machen. In Bezug auf mich nur eine Sache. Deine totalen Leidigkeit. Und vielleicht auch ein wenig Gratitude. Ich werde noch ein Kopp? Wie ein Koppel-Traditioner? 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 Oh, ja. Natürlich. Dann ist der Koppel-Traditioner für den Koppel. Gut. Da geht's, junger. Ist... Ist das Blut? Wir machen keine Koppel-Traditioner für alle neuen Koppel-Traditioner. Wir haben nur die alten Koppel-Traditioner nachdem die Koppel-Traditioner zurück. Oder sterben. Robocop? Ich bin ein großer Fan. Das ist großartig. Denn wir werden viel Zeit zusammen spenden. Was bedeutet? Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich habe nur noch viele Dokumente, die in der Rekordstammlung brauchen. Das ist jetzt deine Priorität. Verstanden. Jetzt geh. Ich erzähle Achilles, was in diesem geflüchteten Ort ist. Der steckt doch mit drin, der Penner Ich bin eine große Blech-Sortiermaschine Okay, gehen wir Akten sortieren Ich habe gesagt, du kommst mir zu helfen, das ist spannend, ich habe nicht viele Besucher hier Was scheint der Problem zu sein? Herr Becker möchte, dass du ein paar Arbeitsplätze machen willst, also, bitte scannt die Server, sehen, ob sie gut funktionieren Ich bin sicher, aber er sagt, dass ich einen Job hier für dich gefunden habe Ich wünsche, dass ich etwas mehr Interessante für dich tun habe, denn für mich, das ist wo all die Aktion passiert Explain With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff You can play a real-life detective here Officer Cecil, you are a detective Yeah, but mostly just a paper pusher So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy Just check the computer in the back Type in who you're looking for and see if there are any matches Uh, just remember to scan the servers at some point Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him I'm telling you, this is incredible Just type in your search Oh yeah He's never been charged? Well, that's hard to believe There's a neat feature you can try See who attempted to access his file before you did Maybe that'll help us Officer Briggs Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing So his case led him to the street vultures territory? Oh, I have it gelesen I'll have to report this to Sergeant Reed And I am on my way There's nothing I can say to stop you, is there? No Well, then instead I'll say Go kick ass for Louis I find that's not in order That we're doing that now, to be honest I'd rather have to sort out here I'd rather have to sort out here Perfect working condition Working perfectly Good as new I am detecting a malfunction Huh? That doesn't seem right This server is compromised Good thing you noticed it It could lead to the loss of important data I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here Well, then we've done a little bit more Can I do anything else? No? Good We need to be on guard The one is trying to smuggle more of their staff into our ranks Aber er hat doch gesagt, ich bin den Fall los. Ja, ich möchte das Gebiet verlassen. Auf die Gefahr hinter, ich mecker krieg. Aber, du weißt, ich habe das Gefühl, dass du nicht mit Blick auf Blick mit Mr. Becker gesehen hast. Und zwar, in der Position, in der ich bin, ich mache mein Bestes, um dich zu helfen, in welchem ich kann. Also, was du hier machst? Ich gehe nach Highland Park. Das ist nicht das Street-Bowlchers-Turf? Das ist wo die Leid genommen hat. Es könnte sein, dass es mit Wendel verbunden ist. Oh Mann, das ist genau das, was Mr. Becker sagte mir, dass du nicht machen soll. Das ist mein Bestes, um dich zu retten. Ist es sogar sicher für dich zu gehen? Ich meine, ich meine, du bist selbst. Du wirst nicht funktionieren, oder? Was, wenn etwas wieder passiert? Hey Murphy, ich finde das auf der Rückseite des Kruisers. Das ist für dich. Ich kann dich nicht verlassen. Ist das eine Art Schrift für das? Robocop, weg. Robocop, bleiben Sie. Hey. Hey. All cops have to follow rules. Especially you. You're cop in a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Das war seine Marke von Murphy, der jetzt Robocop ist und da stand drauf, sie wurde nie wieder jemanden anders zugeteilt. Ich weiß, dass du hörst. Es ist noch Zeit, um zu stoppen und zurückzuziehen. Die Street-Vultures sind territoriale und fischöre. Du wirst nicht sein, auf der Turf. Especially von ihrem Liedern, Spike. Ich lebe, dass er zu sein ist, dass er excepciónlich savage ist. Ich bin der erste. Geh doch einfach zu Beka und sag ihm bescheid, Alter. Ja. Das ist einfach gefährlich. Pfff. Hier ein Gebirg. Ich habe eine gestohlene Brieftasche gefunden. Fängt schon gut an. Gucken wir uns hier einmal um, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich schalt mal den Sprint-Modus ein, hm? Guck mal hier, das ist ein OCP-Container. Oh, 12%! Wahnsinn! Vor allem schon 20% hatte. Guten Tag! Ich bin Robocop, bitte ziehen Sie Ihre Hosen runter. Ich habe gehört, dass es jemandem nicht gefällt, dass ich angeordnet habe, das Nuke zu zerstören, die wir diesen dreckigen Torch-Heads geklaut haben. Street-Volchers nehmen keine Drohung und sie verkaufen sie auch nicht. Wir haben unsere Regeln. Und wenn wir unser Imperium aufbauen wollen, müssen wir uns an sie halten. Hat irgendjemand ein Problem damit? Dann würde ich das gerne hören. Denn ich schneide liebend gern jedem die Zunge aus dem Maul, der meine Befehle infrage stellt. Spike! Spreike! Ich schneide liebend gern jedem die Zunge aus dem Maul. Dann haben wir noch so einen OCP-Container. Nice! Schon wieder 12? Geil! Ich werde erst mal hier gucken. Oh-oh! Oh-oh! Ja, ja, ich werde nicht. Teile Schlafen in der Körperpfe. Ja, jedes Auto auf der Befehle hat Teile. Die Schlafen in der Kruppe hat Teile zu schlafen. Dann ist nicht nur die Schlafen. Das ist, warum niemand wusste wie man es zu협. Okay. aber es gibt hier doch noch mehr zu entdecken ich will hier alles entdecken die blutspur führt da hinten hin da würde ich da jetzt auch einfach erstmal hingehen ich werde jetzt nichts verkacken weißt du wie ich meine ich würde halt da rein nee ich gehe erst da gucken ich weiß auch nicht irgendwie ich würde es hier gucken wollen will ja nicht irgendwie noch was übersehen ja 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 das ist eine ja 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 Ich weiß nicht, dass es ein langer Qualt voller Tod für mich wird. Wir suchen uns hier einmal um. Wir suchen uns hier einmal um. Hoffen, dass wir noch was finden. Ruhe! Ich glaube, dann hätte ich auch hier rum gekonnt und hätte hier alles mitnehmen können. Das wäre jetzt das Gebäude, glaube ich. Hä? Stand gar nicht ausgeschrieben, was das ist, Alter! War ich hier drin? Ich glaube nicht. War ich hier oben? Gehen wir mal gucken, was hier ist. Ja, Mann! Ah ja, hier waren wir drin. Aber wir sind nicht hochgegangen. Okay. Ich habe auch gesehen von unten, dass man da oben reingucken konnte. Aber ich habe nicht gedacht, dass hier was ist. Siehste. So, jetzt gucken wir da noch. Da geht es nur runter. Gucken wir hier noch rein und dann können wir da weiter gehen. Dann haben wir meines Erachtens nach alles abgesucht. Hier geht es wieder runter. Und hier geht es auch nur runter. Stoll eine Brieftasche, Junge. Da führt die Blutspur hin. Dann gehen wir erst noch hier gucken. Da waren ja auch noch Türen. Geil! Alles abgesucht. So liebe ich das. Hier geht es nicht rein. Oder doch? Hier geht es wohl rein. Da lag was drauf, glaube ich. Ne, war ein Deckel. Aber hier liegt noch was. Fünfzehn. Komischer Raum. So. Alles abgesucht. Mhm. Du bist nicht gehittet. Du bist tot. Spaß dir. Da. An. DraHra. Hm. Ja. 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 Da lag noch etwas auf dem Tisch. Strafbeweise. Ich muss den Versuch noch draufschießen. Oh! Noch eine. Fortien Prozent. So. Oh Sie haben sich mit dem Falschen angelegt. So. Da ist doch die Gang schon mal dezimiert, oder? Guckuck. Haha, der hat einen Freundssprung gemacht. Juhu. It's a me, Mario. Da liegt sein Kopf. Guck. Seht ihr, wie fröhlich er ist? Aua. Ja, nehmen wir mal mit, ne? Da liegt noch was. Überlastend drin, verweise. Aufmachen, bitte. Er hat keine Waffen, dem traue ich nicht. Ich bin nach einem Polis-Officer. Hey, ich weiß nichts. Ich bin nur ein Begründer. Er wurde hier gebracht. Es gibt immer so viel, was hier passiert. Ich fokussiere mich auf meine Arbeit. Ich würde mich nicht erinnern. Würdest du mich aufhören, deine Erinnerung? Nein. Polis-Officer. Ich verstehe. Ich weiß nicht, du bist richtig. Nicht lange vorhin haben sie ihn hier gebracht. Er war bereits in richtig schlechtem Formen. Ich habe mich für den Mann. Wo ist er? Als er zurückgegangen ist, sie ihn weggezogen. Aber ich weiß nicht, wo. Ich sage die Wahrheit. Ich arbeite nur mit Nummern. Wenn du mehr Informationen auf deinem Freund hast, probierst den Warenhaus-Officer. Es ist auf der Westen der Milch. Richtig so, du bist verhaftet. Gehen wir zum nächsten Gebäude. Wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht in die Allianz führt? Ich hoffe es. Du bist hoffentlich. Du auch, Mr. Washington. Dann schreibt er, ich bin hoffentlich, aber er heißt Ulysses. Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe, warum er mich hat. Du bist ein Handbuch. Huch. Ey, das war nicht ich. Der ist einfach reingerannt. Junge, da verdrennt ihr den Kopf los hier rum, Alter. Was ist los mit euch? Ja, natürlich schieße ich. Was soll ich machen? Dich angucken, oder was? Was? Oh! 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 Aber draußen ist es jetzt nicht so erfolgreich, ne? Trottel. An einem Idioten eine Waffe in die Hand gibt. Guten Tag, ich bin Robo. Oh! Obokop. 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 Guten Tag, guten Tag. Ich bin der Obokop. Und schieß dir in die Fresse. Ruft nach einer Zeit Verstärkung. Na? Haben die noch Fragen? Haben die noch Fragen? Aua. Das hat wir getan. In meinen Arsch. Huch. Huch. Entschuldigung, sie wurden überfahren. Aber hier könnten wir mal ein bisschen was zum Reparieren gebrauchen, ne? Oder mein ich halt nur. aber dann wird noch nicht ganz repariert das ist das problem an der sache das war mit dem Müllcontainer los, der hat einfach hoch gestellt geht es hier weiter ich wollte da muss ich doch hin hast aber glück gehabt jetzt doch hier garantiert was versteckt alter ihr habt doch hier garantiert was versteckt stopp mal kann ich noch mal raus ich habe nicht nachgedacht nein okay scheiße ja man ich habe echt nicht nachgedacht jetzt ach man oh jetzt ärgere ich mich wirklich sehr ach man ey ehrlich ich habe gedacht der bricht hier auf so spät gelesen so spät gelesen ich habe mich mit dem so spät gelesen ich habe mich mit dem das ist so spät gelesen Achso, wir haben ja auch eine Map, Alter. Ich glaube, ich habe wirklich einen geheimen Bereich gefunden. Kann das sein? Wenn wir jetzt daran zurückgehen, müssten wir eigentlich wieder am Start ankommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hallo? Nein. Was ist denn der hört? Aber wir sind doch jetzt hier und jetzt gehen wir wieder raus? Ach krass, guck mal, wir sind jetzt echt einfach im Kreis gelaufen, einen geheimen Bereich gefunden. Einfach einen geheimen Bereich gefunden. Tatsächlich. Ich scheiß mir einen. Ohja. Cool. Umsonst geärgert. Haha, ich habe eure Geisel befreit. Ja, okay. Sollen wir uns in Ruhe um, oder? Oh. Das bedeutet, wir können unsere letzten Punkte reinsetzen. Nein. Achso, ich wollte gerade sagen. Oh, Alter. Ja. Das hätte mich jetzt schockiert. Okay. Sind ja jetzt auch Sachen drin, die ich noch nicht habe? Warte mal. Da kommt man nur von da aus, denn da soll noch eine OCP-Truhe sein. Warte mal. Da muss ich... Im Moment. Ich bin gerade für... Ich hätte gerne einfach eine scheiße Mini-Mare Ball. Ja, ich bin gerade für ein Dach. So, wo muss ich jetzt lang? Dahinter ist eine Truhe. Aber wie komme ich denn da hinten? Die kriege ich ja so nicht auf. Nee. Also gehe ich nochmal zurück. Hä? Okay. Krass. Okay. 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 Zeigt ihr mir jetzt auch Truhen an, die ich schon hatte? Oh, hier soll eine Leiter sein? Da. Tatsächlich. Tatsächlich. Nice. Okay. Haben wir hinten noch was vergessen? Nö, ne? Also auf der Höhe auf jeden Fall nicht. Freunde. Ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind bei 45 Minuten. Ihr kennt das Ganze. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch. Kommentieren. Abonnieren. Supports kein Mord. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.